Nach der vergangenen Woche fühlst du dich etwas ausgelaugt. Easy. Sichi ist an. Warst du das? Ähm, Alter, wer auf dem Klo scheißen geht, ne? Muss dann nachts zum Arzt. Oh, ich hab, äh, hier, ähm, da hab ich eben F3 gehabt. Hier ist dein Raum. Wir sind langsamer, oder? Wir sind brutal langsam. Ich wollt mich grad schon aufregen. Mach auch mal wenigstens im Hauptgang licht. Er jagt. Wo ist der denn? Der ist nicht hier unten. Also ich will dir keine Angst machen, ne? Ja. Der ist scheiße schnell. Ich glaub, das ist ne Nummer zu groß für uns. Sollten wir nicht lieber den Scheif hinzurufen? Der Chef ist beim Neckes und pfeift sich grad ein Menü rein. Ja, aber meinst du nicht? Es gibt Dinge, die sollte der Chef regeln. Easy. Pass mal auf, wie wird dir das bekommen? Was auch? Ich hab mich verlaufen. Achtung, der Jagd. Alter, wie schnell ist der denn? Oh. Mhm. Lucy. Lucy, du kriegst jetzt Fett auf die Fresse. Geist, sag mal Piep. Piep. Ah, hab gehört. Da war ein Geist. Alter, wer auf dem Klo scheißen geht, muss dann auch direkt ins Krankenhaus. Hä? Déjà vu? Hier ist irgendwie kälter als... Kälter als nachts? Ja. Ist hier ein Geist? Kann mich ein Geist hören? Wenn hier jemand ist... WTF? Okay, war doch ein Spuk. Ich dachte, ich wär zu tun. Alter. Aber hier sind grad noch... Doch, die ist noch da. Ah. Doch, das ist ihr Raum. Da sind Orbs drin. Are you friendly ghost? Ja, putt, 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 putt. Geht's noch? Äh. Sie greift an. Mach's Licht aus. Mein Licht ist aus. Ich bin tot. Ich auch. Die blöde Funz. Wir hatten uns halt zweimal Pech, ne? Sie schieß an. Alter. Wer hier auf dem Klo kacken geht, muss dann nachher ins Krankenhaus. Hä? Déjà vu? Was tut es? Ja. Kannst du mit mir sprechen? Oder kriege ich dich auf den Maul? Ich möchte nicht mehr. Hier, komm her auf den Tisch. Hier, komm her. Komm her jetzt. Hier, komm her. Nimm die Scheiße da. Äh, du weißt schon, dass da grad die Party abgeht? Und die Party geht ab. Jetzt im Ernst, geh raus. Ah, danke. Mach dir wieder die Tür auf. Er ist auf jeden Fall noch hier unten, dieser kleine Penner. Ja, der ist noch in dem Raum. Der hat doch da grad gespukt. Hast du nicht mitbekommen? Ah, okay. Darauf hat er reagiert. Es ist ein Poltergeist, Phantom oder Mimik? Mimik glaub ich nicht, weil wir haben keine Orbs gesehen. Er hat reingemalt übrigens. Wir kriegen drei Hinweise. Gut, wir können wir gehen. Zack, bum, weg. Wir haben eins von drei geschafft. Hoffentlich. Pop, pop, pop. Poltergeist. Boom. Zack. Klick. Hier liegt's Wia-Brett auf jeden Fall. Wo? In deinem Dreierkomplex. Geil. Alta. Hm? Wer auf dem Klo scheißen geht, ne? Muss direkt ins Krankenhaus. Hä? Wie vieles kriegst du in den... Er greift an. Äh, nein? Ich bin grad rausgegangen. Oh. Ich hab dann... Äh... Äh, doch, er ist auf zehn, aber die Tür ist offen. Hä? Jetzt ist er auf eins. Bist du tot? Noch nicht. Magst du mich? Oh, Telefon. Ich geh mal dran. Äh, er kraft an? Ja, gut gemacht. Dann kann man ja direkt heimfahren, oder? Er jackt nicht mehr. Alter, mein Praktikant, der Kollege, der muss auch echt alles immer stören. Was willst du von mir? Ich, ähm, hol mir jetzt grad... Ich... Was? Seit wann sieht man Orbs nur durch die Nachtsicht? Ah, Dotz! Ah, Dotz! Easy, geht doch! Gibt's zwar nur 200 XP die ganze Zeit hier, aber... Uiuiuiui! So, Mark und das Sichi ist oben. Äh, wo ist das Sichi? Wir haben eine Knochenhand. Oh, shit. Was? Wer auf dem Klo kacken geht, ne? Kann direkt ins Krankenhaus. Hä? Der Sessel, der Sessel, der Sessel. Ja, besser ist es. Der wird weggemobbt. Ey, das habe ich genau gesehen, du Wichser. Vielleicht hat er den Raum gewechselt. Ne, minus 5 Grad. Er hat den Raum nicht gewechselt. Hallo? Let's go. Ich bin tot. Nein, oder? Er ist in der Küche. Nur ein Spuk. Und was für einer? Oh, ich will hier raus. Der sagt mir, ich soll gehen. Toll. Jetzt ist er im Flur gespawnt, der Penner. Das war ein Schind. Verdammt. Hm, 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 hallo. Da, 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 da. So, machen wir es ja mal romantisch. Ey. Ja. Oh, shit. Was? Wer auf dem Klo scheißen geht, muss direkt ins Krankenhaus. Ich habe den Nil gemacht. Ja, ja. Nil, der große Künstler. So, Achtung. So. Ich bin tot. Ne, oder? Doch. Ich weiß, wo er gespawnt ist. Ciao. Raus bist du. Okay, fahr los. Weitschuh. Bei mir ist ein Thai. Onryo. Na, war ja klar, ne? Ja, knapp, he? Und dann begann die letzte Runde. Doch leider... Oh, schade. Wieso habe ich die letzte Runde nicht aufgenommen? Naja. Wir haben es geschafft. Es war halt auch die spannendste Runde von allen. Die war super spektakulär. Das war unglaublich eigentlich. Schade, dass ich die nicht aufgenommen habe.